Setzen Sie ein. Ich bin, ich gehe. Wo oder wohin? Er sitzt im Auto. Dativ. Sie steigt ins Auto. Akkusativ. Er ist im Büro. Dativ. Sie geht ins Büro. Akkusativ. Er ist auf dem Schreibtisch. Dativ. Sie setzt sich an den Schreibtisch. Akkusativ. Er sitzt auf der Bank. Dativ. Sie setzt sich auf die Bank. Akkusativ. Er kocht am Herd. Dativ. Sie kommt in die Küche. Akkusativ. Er arbeitet im Laden. Dativ. Sie kommt in den Laden. Akkusativ. Er sitzt im Schlafzimmer. Dativ. Sie geht ins Schlafzimmer. Akkusativ. Er ist in der Garage. Dativ. Sie fährt in die Garage. Akkusativ. Er liest in der Hängematte. Dativ. Sie fällt von der Hängematte. Dativ. Er sitzt auf dem Bett. Dativ. Sie setzt sich auf das Bett. Akkusativ. Er liegt im Müll. Dativ. Sie wirft es in den Müll. Akkusativ. Er arbeitet im Freien. Dativ. Sie geht ins Freie. Akkusativ. Er sitzt an der Bar. Dativ. Sie geht an die Bar. Akkusativ. Er ist in der Bahn. Dativ. Sie steigt in die Bahn. Akkusativ. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Bis dann. Setzen Sie ein. Ich bin, Dativ. Ich gehe, Akkusativ. Wo oder wohin? Er geht hierhin. Sie ist hier. Er geht zu Theo. Sie ist bei Theo. Er ist bei Ihnen. Sie kommt von oder zu Ihnen. Er sitzt an einem Ort. Sie lernt an einem Ort. Er steigt auf den Hügel. Sie wandert auf den oder dem Hügel. Er geht nach links. Sie ist draußen. Er ist schon droben. Sie fliegt weg. Er fliegt in den Westen. Sie ist im Westen. Er fährt mit dem ICE. Sie ist in einem ICE. Er ist am Mittelmeer. Sie fährt ans Mittelmeer. Er sitzt bei jemandem. Sie setzt sich zu jemandem. Er ist beim Arzt. Sie geht nicht zum Arzt. Er setzt sich in die erste Reihe. Er setzt sich in die erste Reihe. Sie sitzt in der ersten Reihe. Es kommt darauf an. Sie ist dran. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Ciao. Sezen Sie ein. Ich gehe oder fahre. Ich gehe zu Alex. Zu ihr Zum oder nach Essen Zur Station An's oder zum Ende Zum oder auf den Friedhof Rein Ich gehe hinauf Zu einem Freund Zu denen Nicht Nicht Zum Fernseher Zur oder in die Schule Zum oder auf den Parkplatz In den oder zum Supermarkt An die oder zur Tankstelle Auf das oder zum Amt Zur oder in die Arbeitsagentur Zum oder auf den Marktplatz Zum oder ins Reisebüro Nach Lissabon In den Urlaub Zur Massage Zum oder an's Bücherregal In den dritten Stock Zum Tanzen Ins oder zum Kino Nach Hause Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Ciao. Setzen Sie ein Ich bin oder ich bleibe Ich bin Zu Hause Bei dir Am Meer Oben Im Keller Im Keller In Indien Im Bad Ich bin Ich bin auf dem Markt Beim Essen Beim Essen Auf dem Balkon Unter der Dusche Unter der Dusche Auf dem Spielplatz Am Fluss In der Türkei In der Türkei Ich bin im Bett Draußen 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 Auf der Terrasse Im Regal Im Kaffee Im Kaffee Im Kaffee Beim Bäcker In der Schule Ich bin in Japan Ich bin in Japan Beim Friseur Beim Friseur Bei meiner Freundin Bei meiner Freundin Im Zoo Im Zoo Im Park In Algerien Ich hoffe das Video hat euch gefallen und geholfen, wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Im Kaffee Setzen Sie ein Ich gehe Ich fahre Und so weiter Hier gibt es manchmal mehrere Möglichkeiten Nach Hause Zu dir Ans, ins oder zum Meer Ins Meer heißt hinein Ans, eher an den Strand Nach oben In den Keller Nach Indien Ins Bad Zum oder auf den Markt Zum Essen Auf den Balkon Auf den Balkon Zu oder in die Dusche Zum oder auf den Spielplatz Zum Fluss Zum Fluss In die Türkei Ins Bett Nach draußen Nach draußen Auf die Terrasse Zum oder ins Regal Zum oder ins Regal Zum oder ins Café Zum Bäcker Zum Bäcker Nach Japan Nach Japan Zum Spielen Zum Friseur Zum Friseur Zum 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 oder in den Park Nach Algerien Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Zum Schnell Setzen Sie ein. Er ist in, an, auf, bei oder zu. Am Strand Im Supermarkt Bei Anna Bei uns Im Zentrum Im Haus Am Fluss Bei Nina In einem Park Im Land oder auf dem Land, wenn es nicht in der Stadt ist Weg Im Auto Am Platz oder auf dem Platz Im Bahnhof oder am Bahnhof Im Bett Bei einer Freundin Im Büro An der Tankstelle Im Laden Auf einer Reise In Griechenland Auf dem Heimweg Am Eingang Am Eingang Auf dem Roller Auf dem Roller Hinten 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 Im Klassenzimmer Am Ende Am Ende Davor Ich hoffe, das Video hat euch gefallen Dann gebt mir ein Like und teilt es Bis dann Ciao Ciao Setzen Sie ein Setzen Sie ein Er ist In An An Auf Bei Oder zu Am Strand Im Supermarkt Bei Anna Bei uns Bei uns Im Zentrum Im Haus Am Fluss Am Fluss Am Fluss Bei Nina In einem Park Im Land Oder auf dem Land Wenn es nicht in der Stadt ist Weg Im Auto Am Platz Oder auf dem Platz Im Bahnhof Oder am Bahnhof Im Bett Bei einer Freundin Im Büro An der Tankstelle Im Laden Auf einer Reise In Griechenland Auf dem Heimweg Am Eingang Auf dem Roller Auf dem Roller Hinten Hinten Im Klassenzimmer Im Klassenzimmer Davor Davor Ich hoffe das Video hat euch gefallen Dann gebt mir ein Like und teilt es Bis dann Ciao Hallo In diesem Video sehen wir uns das Verb Sich freuen an Und die beiden Präpositionen Auf und Über Jeweils mit Akkusativ Zuerst der Satz Er freut sich schon Punkt 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 Das leckere Mittagessen Und die Lösungsmöglichkeiten sind A In B Auf C Über Und D An Setzen wir ein Er freut sich schon Auf Das leckere Mittagessen Sich freuen auf Plus Akkusativ Auf bedeutet hier Sich freuen auf Etwas zukünftiges Über Steht normalerweise Mit etwas das wir schon haben Oder in der Vergangenheit war Wir sagen also Er freut sich Schon Ein Hinweis auf die Zukunft Auf das leckere Mittagessen Ich hoffe dass euch das Video gefallen Und geholfen hat Wenn das so ist Gebt mir ein Like und teilt es Bis dann Tschüss Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020